Richtig breit bei dem Scannen. Passt gut auf euch auf, dann kommt ihr alle wieder nach hause. Passt gut auf euch auf. So direkt auf den Hubschrauber. Da nach oben. Und denkt dran wir müssen ins Treppenhaus laufen. Ganz rechts sind auch welche, ne? Die landen da im Park. Da sind jetzt vier in das Haus rein, ne? Weißt du Falscher? Falscher amontiert. Wo ist denn der Scanner? Na ist egal. Ne da ist ein Schutzschild. Aber du wirst in den Hochhaus rein. Nein, da in der Gegend können viele droppen. Aber wenn du auf vier gehst, dann hast du das Zielfernrohr. Und das zeigt dir an wo die sind. Okay. Französisch ist ein Squad. Dann muss ich von der anderen Kommando einhalten. Und rechts. Von links. Von links. Weiß ich von wo. Na super. Schöp. Das ist schön, dass ich hier spaß. Links zwei down. Wenn ich wüsste wo ihr seid. Hier vorne. Kannst du den irgendwie holen? Los. Ich weiß ja nicht wo ihr seid. Wie seid ihr das hier rumlaufen? Ah, ok. Ich dachte, dass wir ein Gegner haben. Wir waren... Wir haben eine Flanke gekommen. Dings sind welche. Könnt ihr mehr Feuerschutz gehen? Ja. Dann lass rüber gehen. Oh, ich liege. Oh, ich liege auch. Oh, die haben uns überrumpelt von der Seite. Oh, die haben uns überrumpelt von der Seite. Oh, immer dieses Killen, hä. Das würde ich nie machen. Ich liege wieder. Neben dir. Von links kommt nämlich auch einer. Da kommt einer mit einem Schutzschild. Auf die Füße schießen. Direkt jetzt hier. Ach, ernsthaft? Diese Wix-Dinge, Aue. Das ist ätzend, oder? Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Dass ein Schild gegen eine andere Person 100% Schaden macht. Ja, das ist wirklich ätzend. Ein bisschen overpowered. Ja, das kannst du so laut sagen. Es sind viele Sachen überpowered, finde ich. Wir hatten heute einen Hacker bei einer von solchen Atmos. Wieso? Der hat mich durch... Also da hat er erst mal unsere drei Gecker. Kopfschluss, nachher einen Kopfschluss, nachher einen Kopfschluss. Und die standen dann drei verschiedene im Orten. Komplett verschiedene. Dann hat er Mattes mit einem Kopfschluss gekillt. Und dann ich, wo ich hinter einer Wand stand, auch noch mal Kopfschluss. Mit normaler Unterkennung. Mhm. Ja, das ist wirklich normal. Mhm. Ich glaube, der Heck kann auch alle hier. So oft kann man noch ganz sterben. Ja, ich finde, diese Runde war es noch ganz gut gelaufen. Ja, finde ich auch. 210 Punkte, aber ganz gut. Und 5 geht's. Das kann aber auch keinen Arsch auf jeden Fall. Das habe ich auch schon mal festgestellt. Wie Tontaum schießen. Aber ich wüsste mal gerne, wie man die Aufsätze da drauf kriegt. Nee, das geht das nicht. Ja, wenn du die freischaltest, kannst du mit der rechten Maustaste die installieren. Ach so. Ja. Weil ich... Ja sonst immer mit Tee irgendwie, ne? Ja. Ja, du kannst auch ins Waffenmenü gehen, ne? Boah. Boah. Auch schon wieder 24er. Lass mal wieder liegen, ne? Mhm. Ja, die sind ja auch nicht gut mit 24, Level 24. Das sind Anfänger. Genau. Einmal so ein Ding extra hier. Ja, dann müssen wir mal so ein Ding holen und dann explodieren lassen. Ich hab für euch ja den Rücken freigehalten. Ja, aber komm nicht lang. Oh, dieses Warten, ey. Wir warten, wir warten. Ganz ruhig. Ja. 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 Das dauert jetzt wieder Special lang. Ja. Ja, wir haben ja auch schon hier. Ah. Boah. Ja. Oh, andere Karte. Ah ne, ist wieder die Sandkarte. Wüste. Eiser Lampark. Lamp? Mhm. Shit, oder? Yes. So. Konnte ich mir noch die Sniper kaufen. Ja, aber du kannst das nicht hier ändern? Ja, ja. Was die einde, die Eind представляst du den Baum zu fern. Ja. Und hier oben. Ja, ich sage. Ja, da unten. Ja, da unten. Ja. 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 Ja, das gibt es ein Problem. Ja, da unten. Ja. Ja, da unten. Ja... Ja. Ja. Mir kann ich mich neuere. Ich dachte du kannst mit Theo oder so wieder die Sachen wechseln, aber es geht nicht. Ich glaube wir waren wieder zu schnell unterwegs. Du musst halt wirklich so laufen, dass du immer in der Deckung bist. Wohin? Da lang. Ah ja, ok. Da drin ist einer. Oder? Nein Da ist es Links oben am Hochhaus Ich habe das Erste Oh ja, Gegner Oben, ne? Er hat uns nicht bemerkt, wohin weiter? Der schießt in eine andere Richtung, der wird selber beschossen Der muss jetzt pushen Der will pushen Werdet nicht gierig, aber ein paar Datenlaufwerke mehr schaden nicht Wo ist denn eine Exektion? Ja, die ist noch nicht erschienen Der Lamp ist schon mal Push the scan An dieser Position sammeln Das ist noch nicht Nichts Aber Das ist noch nicht Da müssen wir hin Die 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 geschossen Das war's für heute. Rechts von uns, die sind auf der Brücke. Auf der Brücke ist halt gerade eine hochgegangen. Auf der Brücke ist halt gerade eine hochgegangen. Ah, hat mich einer. Ich weiß nicht von wo. Ich glaube, wir werden von links irgendwo geschossen. Einer ist tot. Ich bin schon wieder tot. Links von uns. Lasst euch zurückfallen. Noch einer gekillt. Ich hab mich schon wieder, hey. Verdammte Kacke. Warum hört ihr nicht aufzulaufen? So. Hinter den LKW drüben. Hinter dem Meer. Ah, da hinten liegt ein Laufwerk. Unter Brücke. Ich weiß nicht, wie man pingt. Datenlaufwerk geborgen, aber wir sollten noch mehr suchen. So, ich hab ein zweites, hat einer hier fallen lassen. Oh, cool. Luftfahrzeug im Landeanflug. Wenn ihr raus wollt, kommt in die Zone. Scheinlich von einem, den wir getötet haben. Das ist eh eins zu hinten, ne? Neue Kapsel geortet. Kommt schnell runter. Äh, benutzt ihn gerade. Haltet euch mal rechts. Dann ist er weiter drüben. Weil der läuft hier rechts lang, ne? Weil da drüben war ein Squad. Ich werde von hinten beschossen. Ablenke in der Nähe verfügbar. Wir müssen los. Extraktionsmaschine hebt ab. Ihr müsst die nächste nehmen, wenn ihr hier weg wollt. Wir laufen uns. Laufwerke sichert. Gehäuse intakt. Noch ein Laufwerk. Gute Arbeit. Ein drittes. Ja, wir sind uns zusammen. Oh, fünf. Ja. Ich bin voll. Ich kann noch kein Zuge nehmen. Linken, äh, rechten Seite. Sie sehen? Ne? Am Wald. Da. Da läuft er. Ich sehe nicht. Hinterm Auto ist einer. Oh, ich bin dauernd hat mich, ich weiß nicht, von wo. Hinter uns. Ja, sehr gut. Ich hab keinen Platz mehr, ich kann nicht mehr. Oh, ne. Ne. Über uns. Schade. Absolut. Wir hätten uns kurz hinter uns noch auslöschen sollen. Ja, wir hätten nicht so schnell da runterlaufen sollen. Ja, weil da haben sie uns dann eingekesselt. Ja, das waren die scheiß Positionen. Ja, immerhin 240 Punkte. Also im Prinzip, so spielt sich Hand auch. Das ist nichts anderes wie Hand, nur dass du bei Hand viel mehr Deckung hast und deswegen viel langsamer und ruhiger vorgehen kannst. Aber wir haben uns jetzt immer gesteigert. Ja. Los, gehen wir. Ich hab jetzt schon 400 Punkte, immerhin. 400 Punkte. Schon 250 vielleicht die ganze Zeit Sniper kaufe. Ja, ich kann jetzt auch mal was mit Visierungen nehmen. Oh, schon halb zwei. Ich würde sagen, machen wir die letzte Runde jetzt, ne? Ich geh jetzt schon, Penn. Sonst komm ich morgen früh nicht raus. Komm, lass uns die eine Runde jetzt noch machen. Die eine Runde jetzt noch? Eine Runde noch. Ausnahmsweise. Ja, super. Ja, super. Bereit. Ja, sofort. Bereit, sagt er. Ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Ich dachte, umlauf den mal schnell. Vielleicht kriegst du den ja von hinten noch. Aber da oben stand ja auch noch einer. Der hat mir auch schon fast alles abgenommen. Ich weiß, wie er... Du schaltest damit die ganzen Sachen frei in deiner Sammlung, ne? Ja. Mhm. Wie kann man denn das aussehen? Ach da. Ich hab die schwarze Karbon-Magie. Mhm. Selten. Kills mit dem SWS 10. 30 Stück. Aber jetzt kann ich mir keine Sniper holen. Wie markiert man denn? Äh... Keine Ahnung. Eine Kuh. Was? Eine Kuh. Anvisieren und dann Kuh drücken. Ah, okay. Ich überlege, ob ich jetzt mit so einer Heilkiste mitnehme. Ich hab euch die ganze Zeit gehalten, sobald ich's gesehen hab. Ja, aber wir können nicht heilen. Und nur, äh... Wiederbeleben. Man muss ja nur zunutze sagen, wenn er eine braucht, ich hab genug Spritzen dabei. Ja, aber wenn ja... Wenn ja schon alle liegt, dann kann ich nicht mehr heilen. Keine Heilung mehr bekommen. Naja, aber selbst mit einer Heilkiste, hättest du gerade nicht überlebt. Nein, aber... Die Heilung geht sehr schnell hoch, wenn du da drin stehst. Das ist wenn man zu gierig ist. Trotzdem hättest du nicht überlebt. Wir hätten den letzten... Wir hätten da nicht runtergehen dürfen. Nee, hätten wir nicht holen dürfen. Einer runter und holt das und der Rest, äh, schützt ihn. Mhm. Weil so kamen die von hinten und dann von der anderen Seite noch. Und dann war Game Over. Dann war'm Arm dran. So, die Modi find ich gar nicht so schlecht. Nö. Bei Level 8. Besser als wir. Nein, ich bin Level 12, du bist 11. Nein, ich bin auch so. Das war eine neue Map, die kennen wir noch nicht. So, ich bin genau. Okay. Okay. So, ich bin seitdem. aber es war so eine komische heilkiste kauf mal gucken ob das was bringen die sanitätskiste die die halt ich selber wenn du die abwürst und auch andere ja ich weiß auch nicht wie oft die nutzen kannst du auf wie du willst im spiel kannst ja so oft schmeißen wie du lustig bist ja ich bin gespannt was wir da draußen finden hat einer schon so komisch aufsatz auf mir ja weil man zwang und welche richtung ich habe nur einmal so eine feste und noch 50 Meter vor uns sind welche einen links oben darum auch darum ja lauf mal mit dem versucht ihr einzug kassel mit über die rechte seite unserer seite muss einer sein obendrauf sein weil ich etwas gesehen aber ich glaube ich gehört links seiner hat mich schon erwischt um gesicherte datenlaufwerke ihr solltet euch beeilen zurück da ist er rüber genau ja genial da oben genau da wo ihr gerade seid verletzt verbündete am boden wo nicht mehr kein kontakt verstärkung ist unterwegs der rüber unter euch siehst du? kann sein ich den hab mit der granate ne ich hab den ne ich hab den ihr seid das da oben noch oder was? ja 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 ich suche zu euch zu kommen kann zwar nicht sprengen aber extraktionsmaschine näher sich sollte in ein paar minuten eintreffen dachte ich komm ich seh jetzt ich seh jetzt ich seh keine Hilfe ich seh keine Hilfe ich seh keine Hilfe ich seh keine Hilfe ich seh nicht oh man ich suche das neueste der einzige was neueste ihr müsstet ihr signal sehen können ja gar nicht wahr hier sind noch mehr das da das näher das ist näher hm da oben auf dem Turm oder was? jetzt hab ich hier drei kreise markiert welchen nehmen wir denn jetzt? für 9 der am nächsten ist kapsel voller datenlaufwerke landet im Zielgebiet kapsel voller datenlaufwerke hindert sie und bergt was ihr könnt 200 Meter noch 180 einsatzrupp ist hier bei uns in der Nähe der Motor sie aktiviert ihr signal wenn ihr könnt ganz in eurer Nähe ist ein Uplink sobald ihr ihn aktiviert können wir euch Verstärkung schicken hm was ist das denn hier so eine Scheiße ich komm hier nicht hoch das ist ein Leiter oder eine Treppe der wird einen anderen Weg gehen runter und das ist jetzt glaube ich der deutsche Luftfahrzeug im Landerabschlug wenn ihr raus wollt kommt in die Zone unten an der Straße ist einer er ist tot gut dann runter springen ist selbst man Flieger ich bin unten zurück boah hier geht die Party ab also nicht mehr zu helfen durchhalten durchhalten da unten muss es noch mehr datenlaufwerke gehen so weiter ja der ist ein Sniper wo echt? auf der einen Seite auf der anderen Containerseite mit Q am besten markieren das ist einfach wahr die deutsche Kommandoeinheit wurde aus der Zone ausgeflogen hier müssen wir hin da unten dahinter liefen auch noch welche nach rechts sehe ich vermutlich liegen da draußen jetzt weniger datenlaufwerke rum aber es sind immer noch genügend da war hier unten und ist eins nicht mehr nicht mehr deckt mich ich holts ja abs kommt mal außer wo ist denn Extraktion? gibt's noch nicht ne? doch 104 mit das ist ein nächster versuch runter zu kommen ich bin hinter dir oh ich bin hinter dir gegenüber von euch sind die noch welche ne? ja irgendwo ok der ist ja runter gesprungen oder was? ja ja runter gesprungen zu Not leer ist das drücken ihr braucht Verstärkung aber ohne Abling können wir sie nicht anfordern hab ein neue Kapsel gehortet kommt schnell runter Fahrzeug gegenüber auf dem Ding ist noch einer oooooooohhhhhh ein Datenlaufwerk verloren runde zurück ne hier nicht nicht ich ich würde gerne runter kommen aber das kann sein ich glaube ich werde die ganze Zeit seine Leute weg hier halten tja ich habe keine Muni mehr ich habe keine Muni mehr ich habe keine Muni mehr dann gucken ob oben noch so ein Aufbringspunkt ist dann gucken ob oben noch so ein Aufbringspunkt ist aber ich bin runter gesprungen das heißt ich komme sonst ich bin noch nicht dran das ist ja auf jeden Fall ein das sehe ich ein Laufwerk oh hier ist ne Leiche also ihr braucht mehr Feuerkraft findet ein Aufbring benutzen das Signal damit ihr wieder einen vollständigen ... soll erreicher Oh cool das gleich kannst du das wurde betrunken kannst es noch eine minute 37 um ab zu verschwinden dann lasse exaktion 2 müssen unbedingt sein keine ahnung oder das ja ganz hinten unter uns ja versuchen wir die richtung zu bewegen hier ist ein auto ja klar so auf der anderen seite das steigte dann wieder aus ich bin ausgeschrieben weil da so ein ding nach ach du hast noch nicht gefunden oder was ja aber ich konnte nicht nehmen achte mal remsen du hast einen verloren dann gefunden war es ein bisschen aufstehen 0 ich kann nicht ewig auf dem wach wenn er noch mal aussteigt ich war auch ausgestiegen ich weiß aber ich habe gesehen dass du den datenträger holen wolltest ja ich konnte nicht nehmen über zwei meter davor nicht gesehen für mich hat er unter deinem auto die zeit ist eher abgelaufen macht jetzt keinen unterschied aber fast hätten wir es geschafft also den modi finde ich cool macht mehr spaß als das andere ja weil man auf jeden fall viel mehr zusammenarbeiten muss man kann nicht einfach so rein rennen dann sport man wieder irgendwann ich werde dann soweit los geht's oh smoke gut ja nur 130 punkte aber gut ich habe jetzt bis 1180 und 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 und